Hi Leute, und willkommen zur zweiten Folge von... Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Zum Totengräber Shop, was ich nicht feier. Der hat auch Totengräber, naja. Hallo. Seht ihr wie sie fliechen? Wee! Tja. Ich... Ich warte, die kommen nicht bis hierher. Oh, lol. Tschüss. Ey, 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 ey! Was... Fallen! Fallen! Ihr müsst doch reagieren! Was macht ihr? Fallen! Hört auf! Oh, 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 oh! Und? Hallo? Hallo? Hopp! Oh Gott, ich bin weg. Was machst du denn da oben? Hallo? Weg! Komm, 106er, äh, Seegereißer. Diesmal hab ich auch auf... fast auf 106, ey. Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, welches Element da drauf machen soll, oder was halt am besten ist, weil... Ja, Skizze hab ich jetzt 103, aber ich spiele da jetzt auf 106 haben, deswegen. Tschüss! Vorher ein bisschen viel. Die hier sind ja neu mit dem Schild. Oder... ja, jetzt nicht mal neuer eigentlich, aber... Oh, da kommt ein Weck. Oh, da kommt ein Weck. Oh, da kommt ein Weck. Nah, nein, 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 nein. Was, wir fast immer wohnen? Ha, 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 ha! Hätt ich mal einen Schaden gemacht, glaub ich. Wie fällt der aus? Stop! Stopp! Oh, nein. Alter, die halten aber auch was aus, ey. Oh Gott, wo kommt die denn jetzt alle her? Warte mal, das muss ich mal kurz überprüfen. Aha. Nein, nein, nein. Denken, ich geh da raus. Na, das ist halt... jetzt muss es leider wieder hier lang gehen. Tut mir leid. Ich geh wirklich da durch, ne? Hallo? Oh, mein Gebote zu zerstören? Was geht denn bei euch ab? Oha. Oh Gott. Ich bin da immer noch rum. Ich bin da immer noch rum. Oh nein, ich dusche ihn wieder. Ich bin da immer noch rum. Das ist für mich. Der Atlas braucht Hilfe. B, 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 wo ist B? B ist jetzt oben. Lade nur. Zurück. B, 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 wo ist B? B ist jetzt drüben? Lade nur. Zurück! Komischen Schleuderviecher Ich bin der nicht wieder erwischt Wir haben Spawn, wir Spawn, das ist schlecht Ich habe da was Okay, das wird echt ein bisschen creepy hier Oh, der Typ blockt mich Komm, ich schieße genau in deine Augen mehr Äh, ne, nicht du Aua Toll, das ist mein Hund, ich hab auch noch kaputt Jetzt hau doch mal ab Oh, was bist du für komischer Typ? Was ab Ab Stur Was ist das? Okay Okay, eine Fünferkiste, warum muss ich bekommen? Okay 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 Okay, das ist schön viel Skizzen EP. Okay, Leute, jetzt greife ich noch ganz kurz meinen Siegerreißer auf 106. Blub und blub. So, da bist du jetzt auch auf 106, mein Guter. Okay, ich farm noch schön fleißig, dass ich mir die vielleicht nochmal holen kann. Und dann was auch mit den Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal eine positive Bewertung da, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, ciao.